Das ist so lächerlich Das ist so lächerlich Darus wird uns locker zu zweit nehmen, aber die müssen ja wieder zu fünf kommen Ach das Spiel sackt richtig Das Spiel ist voller Trollern und Kiddies und was weiß ich alles Wenn man das am Abend spielt ist es richtig schlimm, weil die ganzen Kiddies nach dem Sandmann sich wieder an den PC schleichen Und ja, wir flamen dann wieder rum die ganze Zeit Die Community in MV3 ist besser als wie in Loll Und das heißt was Ach ja, ich kann euch eigentlich auch noch die Maximum Form zeigen Das ist ein Ultimate-Skin, jedes Mal wenn die eine Fähigkeit auf Stufe 5 ist